Vorfeiert. Vorfeiert. Von 97 gestarteten Teams erreichen 63 das Ziel in Landsberg in Wertung. Die Busch. Vorbei ist doch. Walter Bartl und Reinhard Meyer sind die Pechvögel der Veranstaltung. Die beiden Buchlor haben hier Glück im Unglück, als nach einem Reifenplatzer der Escort frontal auf einem Betonsockel kracht. Außer ein paar Prellungen, einem Totalschaden, kommen sie mit dem Schrecken davon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017